Thema dieses Films ist der Kohlenstoffkreislauf. Das Element Kohlenstoff ist in vielen Verbindungen auf der Erde gespeichert. So ist es in den Sedimenten als Karbonat, zum Beispiel in Calciumcarbonat und als Kerogen eingespeichert. Unter Kerogen versteht man die organischen Ablagerungen, die in Tongestein enthalten sind. Weiterhin ist Kohlenstoff in fossilen Brennstoffen, in toter Biomasse wie Humus und Torf, sowie in allen Tieren und Pflanzen enthalten. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Zahnarstraße ist in den Film im Zahnar slash nes Reykji und der kleine Läge. Die Zahnarstraße ist in der Mitte. Die Zahnarstraße ist in der Mitte. Vielen Dank.